Haha, zur Info, Nessie ist unter Männern im Discord. Ja, Mann. Nessie. Baby, pack. Baby, ja. Kindergarten. Ich bin stolz auf dich. Warum? Du bist besser als Wheezy. Ja, ich muss auch rechnen. Das war ein Typ, Alter. Krass, ne? Der Arme, der Arme, Alter. Jetzt war ja am Tür. Jetzt verhielte. Oh, servt er mal gut. Baby, pack. Ist Baby, pack dran? Du glaubst Baby, pack, oder? Es ist Baby, pack. Nice. Jetzt wird's gewetzelt. Baby, pack. An ist schwierig. So. Was geht ab hier? Let's go. Booyah. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich fahren muss. Oh mein Gott, wir spielen die ganze Zeit auf Spiegelverkehrt. Kann das sein? Das geht doch gar nicht. Hä? Du kannst du rechnen. Ey. Mir ist es jetzt erst aufgefallen, Chat. Du, ey. Du kennst es, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, ich spiel mir schon die ganze Zeit Spiegelverkehrt. Oh mein Gott. Hä? Banane, Bombe, Bombenbanane, ey. Elba und Hanra sind nur mitwärts entgegen. Geh weg, Roten. Geh, Elba, weg. Alter, ich hab doch gerade mein... Oh. Oh. Crazy. Crazy. Man, die ganzen Bananen, was ist das für eine Scheiße hier, Alter? Große. Ich überrunde hier, so herweise, glaube ich, sogar für Leute, Alter, was ist hier los? Ja, me too, Alter. Jetzt wohl, ich sagst mal hier, Tropisch. Ja, das war ich. Du Hund. Ja, nehme ich an, danke schön. Guck mal, was ist da? Schönen, Allianz, Alter. Hier ist da. Easy, Alter, lass mir doch mal was da. Alter, ich tripte mir einfach weg. Ich tripte einfach weg. Moment, mit Recht, Junge. Oh mein Gott, ey, warum spielen wir Spiegel verkehrt? Ich hab ne Kurvenlage von dem Panzer, ich halte mich auf. Weiter. 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 Wir kamen's ja weggesnackt. Nein, nein. Let's go. Ey, Markus, oh mein Gott, ich bin besser als Markus. Was? Aber nun schiebe ich das Problem auf den Morgen, ja, Kuram. Oh mein Gott, crazy. Leute, das war doch gar nicht so übel, oder? Das ist hier hinter Platz. Aber mir ist echt, mir ist gerade eben erst aufgefallen, dass wir einfach, wie heißt es, die ganze Zeit spiegelverkehrt gewesen sind. What? Was soll das denn? Regenbogen Boulevard, Jungs? Warum habt ihr so ne komische Strecke ausgewählt? Da darfst du dich bei Omega bringen. Omega bedanken dir, ja? Omega? Ich bedanke mich gar nicht. Danke. Danke, Omega. Keiner mag dich. Danke. Omega hat ein Suite von gemacht, die man die meisten Leute in einen Discord aufregen kann. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich bin einfach so warm und will keiner mit mir spielen. Ich p Braun 궁금. Das ist kein Problem. Aber wir. Es ist schön für dich, dass du kein Problem. Wir sind nicht so geskillt wie du, weißt du? Ja, aber nicht gut, Omega. Ja, ich will zu fliegen. Oha, was heißt die alten Leute? Oha, Hilfe! Nein, ich bin schon wieder runtergefallen! Mörder, du bist vor mir! Keine Ahnung, ich kenne dich nicht, ich kenne dich doch gar nicht! Heppa! 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 Ah, ich bin schon wieder runtergefallen! Mann, von wem kam der Blitz? Sie ist einfach der Dude! Boah, macht euren Kochtins weiter, jawoll! Sie ist die Poststelle! Wir haben ja Poststelle tatsächlich! Oh mein Gott! Wir haben eine Poststelle für E-Mails, die werden dort getrunken! Ey, ich hab einen Stern! Die trinkt nicht fast jetzt! Es gibt Abkürzungen? Wo sind die Abkürzungen, Moritz? Jungs, wo sind die Abkürzungen? Ja, Rakete, Leute! Warum ist Reze schon im Ziel? Ich seh's ganz genau! Ich weiß, wie wir hier abkürzen! Nein, weil ich weiß, wie wir hier abkürzen! Ach, ganz ehrlich! Ich bin vom 8! Ich bin vom 8! Äh, abkürzen! Äh, abkürzen! Ich weiß nicht was, Alter! Ich weiß nicht, wie wir hier abkürzen! Äh, äh! Äh, äh! Das ist so schlimm! Und jetzt die nächste Regenbogenstrecke! Ey, aber Nessi, in der Gesamtwertung bist du immer noch vor Mörder! Ich hab's auch gerade eben gesehen! Ich bin auch immer mitgefallen, Alter! Ich bin auch immer mitgefallen, Alter! Ich bin auch immer mitgefallen, Alter! Ich bin letztens noch nicht mehr mitgefallen, du Äumel, ey! Von Jahren will ich auch nichts sagen! Das bin ich doch gar nicht! Ich bin kurz weg, Digger! Beweis es doch! Du, äh, Ding, du, du, äh! Ich will die Klippe machen, Digger! Woll ich die Klippe machen! Oh, jetzt hast du dran gedacht? An die Fahrzeugeabfahrt! Hä? Werde ich angebrüllt? Werde ich angebrüllt? Warte, während wurde angebrüllt? Ich hab grad nicht zugehört! Was? Omega! Omega! Oh! Der hat aber selbst still, der hat... Aber der hat, der hat vorhin ja auch die Dings gewählt! Wie heißt sie? Regenbogenstrecke! Regenbogen, ja! Da hat sie ganz kurz nen Brief geschrieben! Jede Strecke soll auch mal befahrt werden! Grüße! Mal ganz kurz, Grüße von Markus! In der Gesamtwertung ist der Bot, Erster, wir sind elf Leute! Ja, ist so, ne? Hä? Oh, das ist so traurig, Alter! Dass es schon wieder lustig ist! Hä? Wie? Der Bot! Riese, warum bist du stehen geblieben? Welcher Bot? Alle langsamer als der NPC? Hä? Das hab ich jetzt nicht verstanden! In der Gesamtwertung, oder was? Was? Ja, in der Gesamtwertung, ja! Hä? Ist der Bot besser, oder was? Ja, der Bot besiegt uns! Jetzt im Ernst? Wer hat hier ein Tanuki mit? Das ist vielleicht der Bot? No way! Vielleicht bin ich der Bot, Leute! Da, 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 da! Hast du in Ernst? Ich muss gleich mal wirklich auf diese Wertung gucken. Als ob? Warum haben wir so schwere Bots eingestellt?